Ja, eindeutig Bambi. Servus die Maru und grüß euch die Burm. Ja, ich bin wieder mal am Weg ins Lager. Ja, seit dem letzten Video haben wir einen gewaltigen Schneefall. Wir haben hier gute 20 cm dazubekommen. Okay, die sind schon wieder etwas weniger geworden, aber egal. Ich möchte mich ein bisschen ins Lager verdrücken. Die heutige Nacht war ja minus 15 Grad. Wir haben jetzt immer noch minus 6 Grad. Also fest Huschi, aber die Sonne scheint ausnützen. Ihr kennt mich. Gehen wir. Hier im Lager war wieder einiges unterwegs. Rehspuren, aber hier auch irgendwas leichtfüßiges. Doch relativ große Füße, aber nicht eingesunken. Also keine Ahnung, was das ist. Ah, viele Tierspuren hier durchs Lager. Ja, jetzt machen wir mal ein bisschen klar schief. Ja, wieder mal ein bisschen treten. Ja, wie ihr sehen könnt, Lager steht. Es ist kalt, ich mache hier ein kleines Lagerfeuer. Und hier habe ich noch die Kiefernharz vom Andi. Und die werden wir gleich einmal so anzünden. Mein Feuerchen brennt. Ja, heute gibt es Käfchen am Lagerfeuer. Jetzt brennt es herrlich. Jetzt haben wir noch mehr die Lagerfeuer. Das war sehr gut. ja herrlich auf geht's ja das lagerfeuer war heute nicht schlecht also hat doch etwas gewärmt ja auf alle fälle werde ich mein käffchen dann noch trinken und schön langsam dann an den heimweg denken warte ich noch bis das ziemlich runtergebrannt ist schnee drauf die steine wieder drauf da kann nichts passieren aber auf alle fälle bevor die sonne untergeht weil sonst ist es verdammt kalt sonne geht heute unter um 17.30 Uhr wir haben jetzt 16.15 Uhr also ein bisserl zeit habe ich noch jo freunde der ist heute besonders wichtig haha der wärmt auch die finger ja in dem sinn meine allerbesten grüße wieder an meine kranken sesseln und natürlich an die die noch gesund sind gesund bleiben und in dem sinn prost freunde ich will mir jetzt ein bisschen zum feuer hinhuckeln da ein bisschen die finger wärmen ist glaube ich gescheiter ja haha das ist etwas besser ja ich sag schon bald geschichte das feuerl na macht nix halbe stunden und dann räume ich so wie so zusammen und schnee drauf und dann passt das schon ich habe wieder alles da gepackt feuerchen ist aus ja und jetzt heim bevor es noch saug kälter wird passt wieder gehen wir nun retten wir den sonnenuntergang wieder entgegen Sibirien 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 Vielen Dank.